Musik Und weiter geht's Immer noch dabei, alle Lager von Schiel der Faust auszulöschen Oh, eine Wegkreuzung Was ist hier? Verstanden Wird sofort ausgeführt Zu Befehl Wird sofort ausgeführt Toll Scheiß Tote Was soll ich tun? Gib das Zeichen Befehl verstanden Was willst du hier ohne? Und verzüglich kann ich nicht einmal das bekommen, was ich will Na gut Oh Ah, so, so, da unten Zu Befehl Auf dem Weg Ich glaube, wir haben die falsche Abbiegung genommen Schick sie zum Seelen Hier kommt ziemlich viel her Ähm Ja, brauche ich nochmal fünf Lanzknechte Erwartete Befehle Augen offen halten Aura der Streiter Ja Du sollst nur sein Das ist zu hoch ausgeführt Unverzüglich Für die Rune Verstanden Zu Befehl Für die Rune Ja Kämpfmänner Verfügt über mich Dann los Was wünschst du hier? Achso Ist nur meine Schwester Habe verstanden Ja, ich habe eine Schwester Niemand Ich drehe Zu Befehl Hä? Was? Ach, egal Nein Was? Achso, okay Lenkt mich nicht ab Erwarte euer Kommando Augen offen halten So Zu Befehl Wird sofort ausgeführt Unverzüglich Wie geht's euch so da unten? Zu Befehl Das freut mich Alles klar Was wünschst du hier? Tapfere Arbeiter Kommt mit Sucht ein Aria Vorkomm Und noch ein Lager Mann, Mann, Mann Versteckt die Deckel Zur Ehre, Aonir Zu Befehl Befehl Zur Ehre, Aonir Zu Befehl Wie geht's euch an? Uiuiuiuiui Das wird unangenehm Die Brune ist unangenehm Was tut ihr? Was tut ihr? Wird es jemals ein Ende haben mit diesen Lagern Was meinst du? Hä? Ja Meine Schwester sagt Es wird niemals ein Ende nehmen Ich hab Angst Ich auch Ich kann gleich wieder das Einheiten damit erhöhen Das klingt doch gut Aber ich hab immer noch kein Drecks Vorkommen gefunden Wo ist es? Es muss doch eins auf dieser Karte geben Bin unterwegs Bin unterwegs Bissi Bissi Zu Befehl Dreif Zu Befehl Zu Befehl Und verzüglich Feindlicher Anschiff So Einheiten damit ist 40 Was mach ich jetzt damit Ohne Aria Lass mich doch einfach in Frieden. Okay, wir kämpfen an eins, an zwei. Nur noch an zwei Fron. Das war schon mal schlimmer. Was ist denn hier hinten noch? Wieder lenien, ja. Ich will Aria, nicht lenien, ja. Oder hinten liegt was, oder? Ja. Stehe bereit. Zu Befehl. Wo ist Aria? Hier bin ich. Habe verstanden. Nichts Sinnvolles dabei. Dann los. Die Festung. Bin unterwegs. Stehe bereit. Was steht da drauf? Alles klar. Nein, ich will es nur sinngemäß wissen. Hier bin ich. Ach so. Schon auf dem Weg. Okay. Tschüss. Unverzüglich. Auf dem Weg. Wird sofort ausgeführt. Ach Gott. Oh, da ist noch ein Lager. Nein. Nein. Kann das nicht aufhören? Ich hasse Schiel. Nach Schiel kommt übrigens der Wildlangpass. Verstanden. Das ist die Karte, wo sich Rowan befindet. Endlich holen wir ihn ein. Endlich, endlich, endlich. Es sind... Fünf. Sechs. Ne, fünf. Jetzt nur noch vier. Schalt. Bereit für den Kap. Gegen meine Lanzknechte habt ihr keine Chance. Ja. Schalt. 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 Ich will aber eigentlich Paladine. Die sind viel cooler. Die Rune? Oh, scheiße. Die Rune. Auf dem Weg. Geht euch schlecht. Geht euch nicht. 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 Wir haben einen Soldat verloren, nein! Was wünscht die Rune? Wir sind in der Fahrt. Ich stehe bereit. Reif sie an! Die Rune befiehlt zur Ehre, Aonir. Ja! Für die Rune! Halte durch, Männer! Vorwärts! Hau drauf! Hau drauf! Was wünscht die Rune? Für das Licht! Verwärts den Weg! Schon auf dem Weg! Oh, jetzt ist hier ganz schön was angesammelt schon. Alles für mich! Euren Dienst zu befehlen! Haaa! Schickt sie zum Seelenbord ausgesinnt! Ich werde das Land von eurer Plage säubern! Wird sofort ausgeführt! Zu Befehl! Pfff! So! Es sieht ganz danach aus, endlich, dass wir die meisten Lager vernichtet haben. Und die Angriffe nur noch von hier kommen! Das heißt, das Hauptlager der Faust ist dort oben irgendwo. Was soll ich tun? Auf meinen Befehl! Schnell! 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 Die Rune befiehlt! So langsam können wir uns dann in Bewegung setzen! So lange die Angriffe auf mein Hauptlager gerichtet sind! Bereit! Und los! Vorwärts! Dann gucken wir uns das gleich mal an! Klaus! Ahhhh! Schmersträger Stufe 4! Und Rotemstufe 3! Ihr habt keine Chance! Ha! Es ist aussichtlos! Und das werdet Ihr im nächsten Video sehen! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.